33 Prozent unserer Ozeane sind bereits überfischt, 60 Prozent stark gefährdet. Um zur Lösung dieses Problems beizutragen, entwickelt Happy Ocean Foods pflanzliche Alternativen zu Fisch- und Meeresflüchten. Gut für dich und unsere Ozeane. Hi, ich bin Julian, Mitgründer von Happy Ocean Foods und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das ökologische Gleichgewicht zurück in die Meere zu bringen. Mit unseren Happy Ocean Shrimps sind wir Vorreiter im europäischen Markt und haben dafür gesorgt, dass bereits über 1,5 Millionen pflanzliche, statirische Garnelen auf den Tellern unserer Shrimps-Fans landen. Mit unseren neu entwickelnden Produkten machen wir nun auch alle Fans von Thunfisch, Lachs und Calamari happy. Neben den globalen Missständen im Wildfang sowie dem Problem bei Aquakulturen, war ein großer Motivationsfaktor für Happy Ocean Foods ein gesunder und nachhaltiger Lebensstil. Produkte, die rein pflanzlich hergestellt werden und überzeugen. Und das ganz ohne die Abholzung von Makrovenwäldern oder der unfreiwilligen Einnahme von Schwermetallen. Dafür aber mit wichtigen Proteinen und Omega-3-Fertsäuren. Wie entwickeln wir die Plante-Based Shrimps-Faktor, wenn es keine solche Produkte auf dem Markt gibt? Wir haben die Ziel, dass wir eine authentische Erdbezüge auf dem Markt geben, die eine große Nutritional-Value mit einer kurzen Ingenieinung-Listin. Nach zwei Jahren von Forschung und Forschung, wir haben die breakthrough. Happy Ocean Shrimps wurden entwickelt, mit einer unikeren Produktion-Technologie. The main ingredients in Happy Ocean Shrimps are algae extract, soybean protein, and water. We also add natural ingredients such as agave syrup, vegetable oils, paprika powder, and spices just for the appearance and taste. And we produce exclusively in the Dach region to ensure the highest quality standard. We are now able to produce more than 30 tons per month. Unser einzigartiger Produktionsprozess ermöglicht es uns, in diesem Jahr eine Vielzahl an neuen Produkten zu launchen. Diese Sortimentserweiterung hat großes Potenzial. Im Mai 2022 konnten wir uns bei Die Höhle der Löwen unter anderem einen Deal mit Nico Rosberg sichern. Seitdem beliefern wir nicht nur wichtige Gastronomie-Partner und den Großhandel, sondern auch den stationären Einzelhandel. Somit können wir jetzt sämtliche Verkaufskanäle abdecken und expandieren derzeit nach Österreich, und die Schweiz. Der pflanzliche Alternativmarkt für Fisch- und Meeresfrüchte wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren ähnlich schnell entwickeln, wie es bereits für die Fleischalternativen getan hat. Experten gehen von einem rasanten jährlichen Wachstum von 28 Prozent aus, während der tierische Markt gelegentlich sechs Prozent zu nehmen soll. Die Hauptzielgruppe der Flexitarium umfasst 44 Prozent der Deutschen. Als First Groover in unserer Produktkategorie können wir diese für uns gewinnen. Der Markt hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Der vegane Bereich wächst und wächst und wächst. Das einzige Problem, was immer noch besteht, ist eigentlich der, dass Seafood immer noch so einen kleinen Anteil hat. Happy Ocean Food schafft es genau diesen Anteil zu decken. Wir von der Lasteria sind der Meinung, dass vegane Ernährung kein Trend mehr ist, sondern bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt verschiedene Fleischalternativen, da ist die Industrie relativ weit. Aber im Fischbereich ist Happy Ocean mit seinen Shrimps definitiv eine absolute Innovation. Wir haben das im Veganerary getestet und unsere Gäste waren extrem zufrieden. Denn vegane Ernährung und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen. Aber für uns als Lasteria darf der Geschmack natürlich nicht fehlen. Bisher konnten wir durch unsere Produktverkäufe eine knappe halbe Million Euro Umsatz erzielen und möchten in diesem Jahr das Ziel von einer Million Euro Umsatz knacken, was einem Umsatzwachstum von über 300 Prozent im Vergleich zum Vorher entspricht. Dieses Wachstum wird vor allem durch geplante Produktentführungen sowie den Ausbau unserer Vertriebskanäle getrieben. Werde Teil unserer Seafood-Revolution. Nachhaltiger Genuss ohne schlechtes Gewissen. Profitiere von einem rasant wachsenden Markt, von dem wir mit Happy Ocean Foods gemeinsam mit dir unser gutes Stück sichern werden. Denn ein Happy Ocean startet mit dir. Nur.